Wir haben gerade einen Hacker in der Runde. Der Hacker hat hier ein Kampfflugzeug. Und Leute, da ist 53 in Snipen. Und ich zeige euch gleich mal, dass der hackt. Und der hat im Sniper-Modus das Schwert. Also vom Spectre und spielt Seraph. Wenn er seinen Kampfhubschrauber nicht mehr hat, dann zeige ich euch. Guckt ihr euch den Killfeed an? Rebraiding. Mit dem Schwert. Das gibt es ja eigentlich gar nicht. Wo ist denn der? Hier vorne bei mir. Hier bei mir. Hier vorne. Direkt bei dir? Ja, direkt bei mir. Der ist gestorben, weil der bringt sich auch manchmal extra um, was es nicht so auffällt. Aber ist halt übel. Hier, Leute. Ne, hä? Da hinten. Hier, guckt ihr euch an. Jetzt fliegt er gleich wieder los. Guckt, er kann das Backdown. Der erste Hacker und der Fliegt. Und der Fliegt. Ich freue mich gerade ein bisschen, dass wir immer einen Hacker treffen. Aber irgendwie ist das scheiße. Der Hacker ist nicht bester Moment. Das ist eigentlich nicht so ein Hacker. Wie viel steht er denn? Ach. Was? So. 58.4. Erwisch. Der Newk gerissen. Echt? Nein. Passt. Ja, Leute. Erste Hacker an Black Ops 4. Das lade ich direkt hoch. Das lade ich direkt hoch. ErlTH. WES dieta. Im.